Hallo Leute, ich bin Bibi Blocksberg und das sind meine Freunde Marita, Dennis, Moni und Florian. Wir schreiben bald eine Mathearbeit bei Frau Müller-Riebensee. Doch Mathe gehört nicht gerade zu meinen Stärken. Aber wozu hat man Freunde? Die üben sich ja gern mit uns. Wähle eine Spieldatei aus und berühre anschließend den OK-Knopf. Im Optionsmenü kannst du verschiedene Einstellungen vornehmen. So kannst du zum Beispiel die Anzahl der Aufgaben pro Übung festlegen. Oder das Spiel für Links- oder Rechtshänder anpassen. Also bis zum Beispiel die Anzahl der Aufgaben sind. So kannst du diese Anzahl von Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.